Hastavrikshasana ist der Baum auf den Händen mit anderen Worten der Handstand. Samuel zeigt wie es geht, gibt die Hände auf den Boden und dann komme ein Bein nach dem anderen nach oben und das ist dann Hastavrikshasana, der Baum stehend auf den Händen, die Finger sind wie gute Wurzeln dabei. Wenn es dir gefallen hat, klick auf Daumen hoch, gefällt mir.